So, die SP1 in Sardinien. Das Besondere dabei ist, wir sind zu zweit auf einem Motorrad. Und im Sitzen sieht man anscheinend die Schlaglöcher doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Naja, schauen wir mal. Vielleicht biegen wir auch noch mal von der Schlaglöcher. und raste ihren Grohen ab. Jetzt schauen wir erstmal, was wir durch diese Schlaglöcher schön durchkommen. So, hier ist noch mal die Tür. Ah, war jetzt schon fast enttäuscht. Okay, also im Stehen zu zweit fahren geht. Ist aber sehr, sehr komisch. So, hier ist noch mal die Tür. Es beschwert er sich schon, dass ich die Schlaglöcher hier alle mitnehme. Haha. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Hoffentlich können wir da nochmal irgendwie schöner drauf schauen. Ah ok, ist ein sehr kleiner Stausee. Okay, ein sehr kleiner Stausee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einfach eine fette Villa, kann man machen. Einfach eine fette. 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 Einfach eine fette.